Welcher Split ist geeignet für Definition? Es gibt keinen Split für Definition. Das einzige, wie du definierend wirst, ist deine Ernährung. Training, ob in der Defi-Phase oder im Aufbau, sollte immer gleich bleiben. Und das heißt, trotzdem immer ans Muskel versagen. Versuchen schwer zu trainieren, sich zu steigern. Also auch auf einmal nicht anfangen wie in der Defi-Phase leichter zu trainieren. Und mehr Wiederholungen zu machen oder sowas. Es gibt ja auch dieses Mythos, dass man im Aufbau schwer trainieren sollte mit weniger Wiederholungen. Und in der Defi-Phase mehr Wiederholungen. Oder das ist so ein Blödsinn. Immer gleich trainieren, also immer versuchen maximale rauszuholen. Das heißt nicht nur, weil ihr direkt mehr Wiederholungen macht, dass ihr in die Defi-Phase geht, das ist ein Blödsinn. Ob ihr aufbaut oder abnehmt, das regelt ihr alles mit eurer Ernährung-Chat. Aber werdet ihr jetzt auch noch mal wieder? Jetzt könnt ihr rein.